Rennspiele werden auf Ihrer Nintendo wie zum echten Kracher, wenn Sie das Wireless-Lenkrad mit Pedalen von Logic 3 benutzen. Das Lenkrad ist mit einem rutschfesten Gummibezug versehen, sodass Sie Ihr Sportgerät auf dem Fernseher immer unter Kontrolle haben. Mit den Pedalen geben Sie Gas und Bremsen, ganz wie im richtigen Leben. Enge Kurven, lange Geraden und Sie im Geschwindigkeitsrausch. Mit diesem Steuerungsset kommt in Ihrem Wohnzimmer echte Rennatmosphäre auf. Da holen Sie sich die Formel 1 in die eigenen vier Wände. Besonders genial? Die Force-Feedback-Funktion gibt Ihnen durch Vibrationen ein Gefühl für die Fahrbahnoberfläche. Das Steuer-Set ist im Handumdrehen für Ihre V bereit. Einfach das Lenkrad und die Pedale verbinden und mit der V synchronisieren. Fertig. Mit dem Wireless-Lenkrad und den passenden Pedalen kommt bei V-Spielen erst so richtig Laune auf. Also, heute bestellen, morgen trainieren und übermorgen auf dem Treppchen stehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ...